Nostalgie, nennen es die Steirer, wenn sie die Urform des Winterstarts praktizieren. Am Stuhl-Eck, dem 1780 Meter hohen Voralpengipfel und Ausberg von Lörts Zuschlag. Was muss denn denn? Ja, das bekommt ja so viel. Ja, also das taucht mir sowieso am meisten, wenn man mit dem dicken Zeug da herumregiert in der Natur. Das war's für heute.